Hallo zusammen, hier ist der Pferde-Podcast und wir können es ja eigentlich jede Woche nicht abwarten, bis endlich Montag ist und die neue Folge erscheint, aber diese Woche ist unsere Ungeduld besonders groß. Denn wir haben einen echten Superstar der Pferdeszene im Interview, Trainerlegende Michael Geidner. Wir reden mit ihm darüber, worauf es bei der Ausbildung junger Pferde wirklich ankommt. Pass mal auf, es ist immer so, es gibt einen Grundsatz, der heißt, wenn du beim Pferd bist, bist du beim Pferd. Und wir reden mit ihm über die Schlauberger unter den Pferden, natürlich die Haflinger. Der Haflinger ist ein Pferd, der findet jede Lücke im System und genau das passt zu dem. Und es geht um seine Rolle als Martin Rütter der Pferde, um sein Comedy-Programm. Ein Gag von der Comedy ist ja, dass er im Autohaus einen Prospekt mitnimmt von so einem Sportwagen und er kommt heim und sie blättert im Krämer-Katalog und sie schaut ihn an und fragt ihn nur, was zieht der? Am Montag, die neue Folge des Pferdepodcasts mit Pferdetrainerlegende Michael Geidner im Interview.